Willkommen auf dem heißen YouTube-Kanal von News. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten und heißesten Nachrichten zu erhalten. Kirk Douglas' Witwe wurde 101, so feierte sie ihren Ehrentag. Sie hat ihre große Liebe verloren, kämpft aber tapfer weiter. Anfang Februar verstarb Hollywood-Legende Kirk Douglas im Alter von 103 Jahren. Immer treu an seiner Seite war seine Frau Annabelle Übens, 101, das Paar war stolze 65 Jahre lang verheiratet. Nun musste die Witwe schon wieder Haltung zeigen, denn am 23. April stand ihr erster Geburtstag ohne Kirk, Kreuz 103, an. So verbrachte Anne nun ihren 101. Ehrentag. Ihr Stiefenkel Cameron Douglas, 41, dokumentierte das süße Spektakel auf Instagram. Die Familie Douglas gab ihr Möglichstes. Um der einstigen Filmschauspielerin einen schönen Tag zu bereiten, kein so leichtes Unterfangen in der aktuellen Krisenlage. Statt einer großen Feier bekam Anne eine sogenannte Drive-By-Party. Freunde und Familie fuhren nach und nach mit dem Auto an ihrem Haus vorbei und konnten dem Geburtstagskind so mit Sicherheitsabstand ihre Größe ausrichten. Anne saß währenddessen mit ihrem Hund in ihrem festlich dekorierten Rollstuhl im Garten. Die 101-Jährige trug ein elegantes fliederfarbenes Ensemble mit einer Geburtstagsscherpe. Über ihr Gesicht spannte sich außerdem ein Mundschutz. Auf seinem Kanal widmete Cameron Anne außerdem eine rührende Botschaft. Happy Birthday, Oma, auf 101 Jahre volle Liebe, Licht und Ratschläge. Wir lieben dich! Schrieb der 41-Jährige zu einem Portät von seiner Großmutter und seinem Opa Körb Douglas. Schrieb der 41-Jährige, Licht und Ratschläge, Licht und Ratschläge, Licht und Ratschläge. Schrieb der 41-Jährige, Licht und Ratschläge, Licht und Ratschläge, Licht und Ratschläge, Licht und Ratschläge.